Ich heiße Christopher Werner und werde von der EKM entsendet, für ein Jahr lang ins Ausland und zwar nach Italien zu gehen. Dort darf ich mit meiner Familie in den Sommermonaten in Arco leben und als Urlaubsseesorger tätig sein. Das heißt, wenn Sie aus der EKM kommen und dort Urlaub machen, die ist ja zufällig, bin ich gern für Sie da. Wenn Sie nicht aus der EKM kommen, trotzdem. In den Wintermonaten werde ich in Meran eingesetzt und dort Gemeindedienste übernehmen. Ich freue mich, unterschiedliche Menschen begegnen zu dürfen, um mit ihnen gemeinsam zu überlegen, wie man Jesus im Alltag begegnen kann. Ich habe auch Lust auf neue Formate, zum Beispiel eine Andacht zum Sonnenuntergang auf dem Berg mit abschließendem Gleitschirmflug ins Tal. Mal gucken, was das nächste Jahr so bringt. Meine Familie und ich freuen uns sehr über diese Möglichkeit.